Wer hat denn noch der Erkobische? Hallo! Das ist hier keine Altspatik-Semmelung, oder... Es gibt eine Aktion für zwei Minuten, für zwei Haftmünden, die in Italien-Semmelung und im Geheimnis-Semmelung. Ich werde jetzt in den Grundschlängen, den Fallschlungen natürlich, und vor allem dann, wenn ich auch mitzumachen, bei der Aktion, man kann sich auch in den Grundschlängen, egal in der Größe natürlich, oder man kann Not kaufen, dass es nach dem Problem geschrieben hat, oder man kann Geld spenden, Abwünsung, Wir machen es alle mit, ich gehe dann mal los. Und, dass es alle unseren und wir machen es auch noch mal, Ich gehe mal los, dass es nicht gibt, sondern dass es gut ist. Und dann nicht nur auch, Und das ist nicht nur, Vielen Dank. Ich nominiere den Stabilender, den Klinatis und den Garnier. Und auch.